Moin, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch. Vierfach-Map. 2.0 ohne Gräben. Ich bin mal hier bei der Baustelle, weil hier ja noch Geldkassetten, glaube ich, rumliegen. Jawohl. Na ja, mit 30.000. Oh, was liegt da hinten? Mal schauen. 27.000, das sind 60.000 zusammen. Das ist nicht die Welt, aber das ist schon mal was. Kann ich denn eigentlich auch Stahl verkaufen? Nee, ne? Das ist doch Stahl am Baumarkt. Wie dem auch sei, auf jeden Fall könnte ich mal hier Geld abholen. Wo ist denn mein Pickup? Halt, bevor wir... Ja, doch. Ups. Ach ja, das war ja der, der so komisch fährt. Wie auf Schienen fährt und eine Motorbremse hat. Unglaublich. Also das Fahrverhalten von dem ist nicht schön, sagen wir es mal so. Ja, fahren wir hier rum, auch gut. Aber schnell ist er. Mit 100 kmh jetzt fast hier. Das ist nicht so schlecht. Habt ihr das Wochenende gut überstanden? Und jetzt ist es dann wieder turbulent. So, dann wollen wir mal gucken, was wir direkt überladen und das dann auch direkt zur Bank bringen. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir weiter Viecher zum Schlachthof fahren. Warm ist es hier bei mir. Und müde bin ich. Müssen wir mal gucken, wo die Bank denn hier ist. Oh, wir haben die 7 Millionen Grenze überschritten. Was ja sehr cool ist. Da ist ja die Bank. Bank. Oh. Ich hoffe, dass er die jetzt auch wirklich verkauft. Die hat er jetzt irgendwo in die Stufen reingehauen. Schauen wir mal. Ich wiederum werde mich wieder hier hinstellen zum Parken. Alle haben gar keine Rückfahrscheinwerfer. Naja, egal. Ich wiederum werde mich wiederholen. Einmal auffüllen bitte. Was ist denn eigentlich auf Feld 45 angepflanzt? Weizen. Was soll ich mit so viel Weizen? Verkaufen am besten wahrscheinlich. Der Hafer habe ich jetzt hier auch echt lang und schmutzig. Ich habe Feld 26, ich habe Feld 21, ich habe Feld 22 voll Hafer. Ich wollte eigentlich Feld 26 gar nicht voll Hafer machen. Aber, hey, nützt ja nichts. Ja, gucken wir mal. Ist es voll? Ja. Er fährt, das ist gut. Er fährt im Kreis, das ist nicht gut. Wie weit bin ich denn da? Voll wieder, war klar. Und auch wieder Geld von ihnen. Ach so, nee, alles gut. So schnell kann es gehen. Wie weit geht's going? Ich bin ganz schön. Gut. Wie weit geht's. Wie weit geht's. Ja, hier sind wir auch bald fertig auf dem Feld. Wie gesagt, für die Grasernte, da überlege ich mir noch was. Habe ich schon ein, zwei Ideen. Nur, dass wir jetzt hier auch schon gleich voll sind. Wollen wir Pech haben. Naja, ganz so schlimm ist es nicht, aber ja doch, wir sind gleich voll. Die beiden Ballen noch, dann sind wir voll. Also der eine noch. Auch direkt vertippen. Wie viele Ballen habe ich da jetzt auch? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Hinten sind 26 und vorne, also sind 40 Ballen. Ja, unten am Rinderhof viel mehr Kohle für als hier oben. Aber ich habe den weiten Weg. Nützt ja nichts. Acht Millionen haben wir. Ja, wir haben eine Million, haben wir alleine eingenommen mit dem Verkauf von Pellets. Krass. Krass. Sehr krass. Aber hier brauche ich mich jetzt nur hinten dran. Hängen wieder. Ja, schön. Hier wird fleißer, weiter fleißig gearbeitet. Ja, ihr habt es gehört. Die Zeit ist wieder um. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für jeden Kommentar, jedes Like, jedes Abo. Und ja, morgen Dienstag gibt es wieder eine weitere Folge um 10 Uhr. Morgen um 12 Uhr dann auch wieder Let's Fly X-Plane 11. Und in diesem Sinn sage ich mal Ciao.